So. Jetzt zeig wenigstens jetzt noch die Gegner mit Tab oder so. Ja, mach ich doch grad. Also, wir sind Lux, Scanner, Shen, Udyo, Nidalee, gegen G, Canon, Scanner, Leona und ne N. Okay, ich kaufe mir HP-Rect und ein HP-Pot. Wie immer. Und krabbel mal davon. Einfach mal kaufen, was vorgeschrieben ist, ne? Ne, ich kaufe das mit jedem Miro, echt. Hast du HP-Ruhen drin? Ja, gerne. Ja. HP und Amor-Pen. Also, über ganz viel HP und Amor-Pen. Ja, ich hab Amor-Pen. Das geht vorab mit meinem Passiv. Adi, wir haben gestern richtig gekillt, immer. Ja. Du bist 30, eigentlich ist das Kacke bei dir. Bei mir ist es ja noch entschuldbar. Weil ich erst 27 bin. 20, Rüstung durchdringen. Nur 20, klar. 27 auf EU, ne? 31. Mit Massen. Lass den mal tanzen, ich will sehen, wie er tanzt. Verknöchel. Oh, lol. Oh, leuchte. Oh, leuchte. Oh, leuchte. Oh, leuchte. Da hab ich's toppt, Arnie, oder? Scheiße. Scheiße. So. Was haben wir denn Schönes? Wir bekommen... Ich hab oben zwei Milch. Leona und Annie. Cool. Oh, Kennel, mach mich fertig, ne? Scheiße. Auf den. So. Mit der los. Was hast du als erstes geschickt? Äh, killed? Mein Schild. Oh, lol, wie Schaden frisst. Hast schon. Die Frist. Oh mein Gott, ist ja schon Level 2. Schlecht. Oh mein Gott, Mattei, ich meine, noch auch schlecht. So, jetzt hab ich auch mein Schild. Oh, Alter. Geh denn her. Wow. Fast gestorben. Von was hat die jetzt so gefresst, Alter? Armor Pen. Mächtiger First-Time-Scaner. Wir kennen den flinken Kleinen aus. So wie Timo. Du stehst, du verlierst. Kielin, yes. Oh. Ne, der war schneller. Ja. Das hab ich noch mit. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ja, der war einfach. Ja, der war einfach. Die Jury, die aber lassen. Ach, schon. Aber erkennen oder Timo muss mal irgendwie Beschwerde hinreichen, dass sie zu klein sind. Kann man nicht anklären. Ja, das findest du gar nicht mal. Aber das ist geil, wenn Schula ein Timo spielt und ich Tjoga. Ja. Fress dich groß, wir verstecken uns. Sobald Annie ein bisschen weiter rauskommt, töt ich sie. Ich hab sie. Meins. Too good. First-Time. Boah, nur weil ich in die Vasallen reingerannt bin. Oh, da kommt kein Video, Alter. Mit Hürfung klingend. Egal. Du bist nicht zu Hause. Ist aber Anja. Ach so. Ja, das ist was anderem. Ne, ich geh nicht krass. Man muss Schula-Täten setzen, ist einfach so. Ja. Man muss einfach entscheiden, was wichtig ist und was eben nicht wichtig ist. Oh yeah! Ich weiß gar nicht, ob ich Mana-Rekorden hab. Mein Mana, ich hab so schnell daumen. Hm, nicht mehr. Nein, das ist... Hä? Oha, das Schild ist ja echt voll stark. Wie sieht's oben aus, Adil? Der Gott, mein Oslo. Alles cool. Bluck, 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 bluck. Und wie sieht's in der Mitte aus? Kenne keine Schuhe, aber wei ich meinen Ball aus. nie, du, 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 drei. Ah, mein O объ blue, du, 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 du... Mein Urhal? Ach so, oh, sorry. Hofdei. Hattest du gerade irgendwas vorne bist du einfach im Bild reingerannt? Nein, ich hab so, ich hab so viel Mana. Hm. Einfach ein bisschen runterhauen, damit die nicht so aggressiv spielen. Just hoff'h'n draufloskloppen. kinder. Boah, diese 반brize kennen mehr im 1 hafte Problem ja nein die Welt annehmen los gerne gefällt ich bin den Scheiße nein wenn die an uns und Tor sind und wenn du die ersten dann nimm die mit und dieser Warnung Torhüter wie ist der Gegner schön Stammer sehr passiv ein so um an die Kenntnis dann zu krass also ich weiß nicht wieso um die er nie macht keinen Schaden ne irgendwie nicht wer braucht Hilfe öhh oben wär gut lass die ein bisschen pushen Adi ich hab gerade Ball gemacht fuck geghosted nach oben kann jemand und gelasset es kann nur mein Gott ich hab sie und meins nö ich hab sie egal oh mein Gott so so gut ich hab Ultimative also falls jemand braucht in der Mitte eventuell gleich auch noch nicht oh doch was da passiert so fucking Ignite ey ich hatte ihn locker aber er hat noch einen Ignite drauf hingekommen so auf so was baue ich mir denn voll auf Tank ja mach ich glaube ich echt mit Skana Tank ich spiel alles auf Tank und es klappt mit G ist das gut auf Tank er erklärt er bot sich als erstes Dings auf Prozent 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 die Leute gehen es gibt doch so ein Item wo das maximal Leben in der Mensch umwandeln oder so ja Mannheim wie heißt es Mannheim es wird nicht das gut Träne der Götchen gebaut es ist gut mit einem Tank Prozent also wenn du mal ne nur nur auf Blitz ist gut wenn der Tank aber auch es geht auch es zu tankern ja aber trotzdem nein das maximale Leben das ist Atma das ist ja Atma's ist cool es gibt ja Rüstung und Crypt und äh drei Prozent von deinem Leben wird zu Damage ja ich bin ein 2 oder 4 das das kau ich mir nachher mal mit Wawmux und so nem Zeug und dann schon mal wuuu 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 man hatte ich hatte gesagt es da kommt seitdem wir von oben untergegangen ist kann es mir jetzt nichts sagen schlecht kennt einfach zu krass mal mit seinen zu machen die trauen kann vielleicht ja warte bei einem reichweite kommen jetzt boom dritter kill nein nein zieh dich scheiße geh weg lass mich in ruhe nein geh weg ah lol renn doch renn und verarscht ja wohin bin weg nein er kriegt mich der junge egal das ist das garner echt naturtalent ist das garner den ich jemals gesehen und auch der erste oder und auch der erste jahr aber wo wo war das das garner ist der war gerade mit dem mann blablabla so unzuverlässig dieses team hohmann wie es dort schätzt jungen sie besser ich mach dich fertig ich mache dich fertig schlechter kann du bleib schlecht genau das hat das teil heißt atmos pfähle oder so oder auf englisch atmos impaler wie sieht aus mit dem wald beim anderen ja wie sieht es aus könnte es mal vorbei ne ok kommen wir kommen hier oben vorbei wenn dann nicht oben unten wir pushen zu stark ich kann meine kräfte nicht kontrollieren oben brauchst du nichts machen kein problem nicht so direkt mitte nicht direkt junge das ist ein garner von der seite wenn du die büschel was ist das denn für eine hast du den der mensch gesehen mann ey 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 kennen wir runter kennen wir runter ja nass zurück ich bin fast gestorben junge bei diesem damage ich komm gleich auf sie mit gebrüll scheiße alter oh mein gott auf sie auf sie ich nehm sie mit ich hab sie warum wenn du dir nicht schlecht nee dieser skana ist einfach zu gut er das macht einmal noch mehr Worte Borgbekommen ablösen Udi Neu-Udi-Löser um ja Tuschkrieg Nürburgrüter Null L1 wie viele Kenntnisse der Werke an den Ecken den Weg wie viele war es nicht wie viel ist das nicht ich habe 4 0 30 Jahr wurde das Weg zu einer Bauch vier Erinnerung von unter dem wenn ein Verhältnis werden wenn ich nicht mehr Nene um aufdruck wie gut hier immer mehr kennen kommt wo die Masse drückt auf den anderen und werden begrüßen oder kommen noch und er nicht hier sie bringen seitdem die tot sehr cool da und das ist ja herr ja der macht ihr ein ohne schaden wenn der den kuh zweimal einsehen oder und so lange auf vier sekunden schon wieder diese haupte werden dann dauernd raum der ist so süß der tür was nachkommt der wo geht doch weg von mir nimm einen mit zum tor nein dieser canon wieso hat der vier zwei oh man oh lolol er fiedert 5 ich nicht Pornel was lieb er macht dich kalt er macht dich kalt Geh weg. Lass ihn einfach in Ruhe. Dann geht der Tower aber tot. Ja, er geht so oder so tot. Ist egal. Dann haben wir mehr Zeit, um durch die Gegend zu rennen. Boah! Den Schuss habe ich aufgenommen. Genau. Krass. Die kommen wohl zu mir, ne? Ja, vermutlich. Wie fehlt. So. Jetzt gehe ich rocken. Du, 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 du. Okay, mal um Busch. Ein kleiner, kleiner Pferd, Alter. Oh, Annie. Hm. Boah. Das macht der richtig. Ach, du musst halt, dass Mitte fehlt oder so. Ey, darf ich den Bluboff haben? Hey, Cannon Zweig. Unten fehlt auch alles. Annie war auch Mitte, ne? Pass auf. Uh, gut. Wo sind die alle? Ich check mal eben den Dragon. Dragon ist noch da. Ja. Dann gehe ich mal. Annie und hier sind oben. Ob ich den Tower bekomme? Ob ich den Tower bekomme? Ob ich den Tower bekomme? Los, geh auf ihn drauf. Ja, ist okay. 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 Ich hab dich. Ich nehm dich mit. Nein. Hör mal zu mir. Ich geb Schild. Scanner regelt alleine. Ja, mach ich auch. Ich kill dich. Geh weg da, Mann. Geh weg da, Mann. Du. Boah. Geh weg da, Mann. Boah. Los, die letzten drei, ich hab' nie. Bressel. Wie dreckig, ne? Du bist so dreckig, Alter. Stierb, stirb, echt, stirb. Stierb. Oder lohm zu mir. Dann kill ich. Komm, 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 komm. Komm zu mir. Komm. Oh mein Gott. Kommst du mir doch. Hier ist Gana. Ey, los, los, los. Oh mein Gott. Ich hab' kein Mana mehr. Und die Annie. Kill die. Annie ist tot. Annie ist tot. Annie ist tot. Ich werde es dealen. Nein. Kommt schon. Wollt ihr was sehen? Wollt ihr was sehen? Jetzt. Die sterben wie die Fliegen hier. Hast du den Sperr gesehen? Nein. Ich rede nicht mit Killstealern. Lach nicht zu. Äh, wer hat man mit Botthor, hat man mit Telefon? Ne, egal. Ja, ne, ich geh hin, nicht geh hin. In dem ganzen Teamfelder hab ich wirklich keinen einzigen Kill bekommen, nur es ist, ey. Was seien ihr für Überkeller? Das ist Doktor May. Das ist normal, das US-Gene. Ja, wir haben ja schon alle 1000 Wins. Insgesamt. Raus. Kill ihn. Boah, der Speer war knapp. Kill ihn. Kill ihn. Kill ihn doch. Und Udi, du sollst brennen. Nicht hinterher rennen, sondern weg rennen. Da sind noch ein paar, hinter dir. Rennt. Rennt mir entgegen. Mach den Bären an, mach den Bären an und... Ne, tot. Boah, Doktor May 11-1, ey. Oh, jetzt stirbt er. Jetzt stirbt er. So ne Scheiße, Alter. Killstil. Kommt doch an. Oh mein Gott. Hier, hier, komm zu mir. Jetzt, werde runter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Könnt mich mal. Hier, hier, hier. Hier. Reinder, los. Okay, ist okay, ist okay. Okay. Mach nicht so viel Damage. Kommt schon. No, ich auto-tag ihn. Mach mal diesen Typen hier fertig. Der Penner macht mich fertig. Kommt mal her. Hier. Tot. Nein. Shit. Was ist los? Bin zu schlecht. Komm mal hoch. Teilchen, Reddorf. Hier, ja. Oh je, da sind sie alle. Hilf mir, hilf mir. Fonty? Fucking Killstealer. Nein, nein, nein. Ich bin too fast. Geh, Lin. Geh doch zurück. Komm schon. Boah, wie der einen ankotzen kann, Jungs. Erkennen. Erkennen. Dieser Kennen. Boah, was ein Kult und er auf sein Rennen hat. Kennen, nennen, nennen. Egal, lass ihn einfach in Ruhe. Er ist. Es ist nicht wert. Erkennen. 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 Man, wer ich das da lerne. Wir brauchen Luxulti. Da rennen ein paar rum. Die müssen über das ganze Spielfeld gehen. Ich hab kein Mana, übrigens. Wenn die herkommen, bin ich geliefert. Du bist froh, du brauchst kein Mana. Hey, ich hab Mana. Mach euch fertig. Mach euch fertig. Oh mein Gott, hat der Ding benutzt. Ich mach euch fertig. Ich schnapp mir einen von euch. Ich schnapp mir einen von euch. Kommt her. Boom. Ich mach euch fertig. Du hast kein Leben mehr. Niederle macht 1000er Heels. Die AP hat die denn? 300. Nicht mal 1000. Das macht 800er Heels. Das passt schon. Ja, nicht ganz 800, aber trotzdem. Aber das ist so eine Ego, Niederle. Die heißt ich immer selber. Hey, die lassen mich. Ja, ist doch gut. Push einfach. Nein, ich wurde am Tower. Oh, krass. Gezogen warst. Nee, ich wurde gestanden. Und so von, von Cannon. Warte, moin. Lass mal abhauen, ey. So lange es dir machen. Mach wein. Nein, ich sterbe. Immer noch weich. Ja, fehlt sie. Auf G. Hier wohl kein Problem, ey. Oder hauskennen von denen. Auf G. Auf Leona. Auf. Auf, ich werde sterben. Genau. Okay. Guck mal, Lux. Was die Lux macht. Oh je. Heimlich. Heimlich. Zerstört sie. Tower. Und gerade von unten. Oh nein, wie nicht. Mein Gott, keine Minion. Lol, wir haben sie überlebt. Hast du das gesehen? Lol, wie du halt ein Speer hast. Das habe ich auch aufgenommen. Das ist gut. Wie lange wollt ihr denn? Auf die drauf. Stun. Und. Tot. Ich pushe die Mitte in der Zwischenzeit. Das macht keinen Sinn da. Ich sterbe nur bei euch. Wer es mit Drang in Teilma gemacht würde, so. Ich pack den ja nicht. Ich habe ja nicht genug Damage. Ich entchölt. Ohne Nidalee. Komm. Ja, trotzdem. Ja. Klau mir ruhig alle. Bin blue. Klau in dir. So, ich gehe jetzt mal zurück, ne. Ich hole mir den Red. Star me. Star me. Star me. Ah. Cool. Gott sei. die gefällt Garner oder der Kuh in Partei der Kuh die du wo die Erkommel hoch Kommandmann im Blut und wenn er eine Klaue und auch noch mehr hoch mein Freund den Blutdien in die Welt nicht schlecht wie er nie ein Vorstellungen mit dem Tiger kaputt ja ich weiß nicht wer wir auf Abhängen sind ich will deren Blue Hit nur mal oh der schafft das nicht der Lee wird übermütig egal du bist weg machst du übermütig Junge wenn die vier Leute auf mich kommen und die keiner hilft ich bin so schlecht ich bin so schlecht ich hab noch versucht meine ich habe nur die drauf gemacht er hat er wohl so schnell tot ich hätte es ein sehr wichtiges Spiel ab welchen wie ich kommt die Garnanbruch ich bin alle Welt die wir nochmals in den in den ich lasse mich fahren ist gut das kennen obwohl keine bekommen sie eh nie dauernd aber er nie erneut wo ein gut ist ein goldmeer von händen er das geht um mein gott meine ich nehme dich mit mein kill und die wird alle sterben jämmerlich aus der jenen ich bin noch nicht direkt und die klammieren und zu mir unter ob es zu kommen entgegen die leckere stückte hoch nicht gehen aber lockt die nicht zu mir wenn du eh schon steht näht bürger Triniti zusammen und hier wurde getötet sie 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 und alle die die in den Tieren töte ihn warum er klaut naja sehen wir bekommen und er hat die Leidigung kommen er ist durch den Busch gelaufen das habe ich nicht bekommen hätte Motherfucker das ist auch mal Sperre Can not escape Eeeh ich hab eben aufgegeben LOL Jaja Naturtalent hab's doch gesagt Du hast ne dumme Endy erwischt man Ja und? Ich hab's genutzt Jo Das Video kommt dann wahrscheinlich übermorgen Bis zum nächsten Mal